Musik Willkommen zurück zu Turok 2 Ich glaube wir sind sogar schon fast mit der ersten Welt durch Wir rushen das hier ja ganz schön Die erste Welt ist aber auch nicht so schwer Deswegen will ich auch gleich weitermachen Oh wir haben neun Bogen Der hat so Explosivschüsse Die sind mega nice Bats Es ist mega cool Wir haben aber nur neun Schuss leider damit Ich korrigiere Die haben Noch ein bisschen mehr Alter Ich weiß ich hab den anderen Bogen Ist mir auch gerade aufgefallen aber ich will gerade nicht wechseln Was ich vielleicht doch hätte tun sollen Weil der echt blöd ist zu treffen da oben Ähm Aua Nein Nicht getroffen Mein pure Pfeil Der hat nicht getroffen Ich hab mich schlecht Warum treffe ich den nicht Das sieht so geil aus So Nehmen wir uns die Und warum Warum Wiren hier Pferde Ah das ist ein cooler Sprung Aber ich dachte Das kann ich noch nicht machen Ich glaube das ist erst Ja das ist erst Wenn wir so einen Talisman haben Dann kriegen wir solche Ja Wie soll ich sagen Bonus Ähm Fähigkeiten Hey wo Wo Hat der getroffen Scheiße Oh ja Das hätte ich vielleicht auch mal benutzen sollen Gerade Also ich muss diesen Boss finden Muss dann den Talisman kriegen In dieses Warp Portal gehen Und dann Kann ich hier zum Beispiel diesen Jump machen Weil ich glaube ich muss sowieso in die Richtung da oben Weil ich jetzt wieder zurück muss Ach diese Nostalgie Die ist gerade so schön Hör mich hier hoch Ne Muss ich doch wieder zurück latschen Ich höre die ganze Zeit Leute Schreien Pferde Wiren Aber ich seh kein Schwein Das kann hier wohl die alle über rumhängen Da war ich doch nicht Hi Da geht es auf jeden Fall weiter Ich glaube da muss ich den Blumenküppig springen Aber bevor ich da jetzt runterfalle Gehe ich erst nochmal in die Richtung Ich kopiere noch was ist Oh hier haben wir ein Rotportal Und ein Portal Ähm Das uns dann weiter führt Aber da will ich erstmal nicht rein Wir noch kurz das andere Krams da einsammeln Hi Äh Du kannst mir mal ein bisschen Gesundheit geben Habe ich jetzt eigentlich 200 Ammo granted Ach ich krieg beides Das ist ja nett Aber ich krieg nur bis 100 Okay ich krieg nicht bis 200 voll Die ist aber geizig die Dame So und da muss ich jetzt irgendwie rüberspringen War ja klar Scheiße Ähm Ich glaube wir mussten hier lang Ich weiß auch nicht ob ich das nochmal probiere Ich glaube ich probiere es doch nochmal Ja komm Ich bin super laufen ja Jawoll Verdammt Scheiße Mann Okay dann versuch es halt nicht Dann scheiß ich halt auf die paar Dinge Komm dann Gehe ich's noch Wow Verdammt Das war doch Boah Dahinten ist irgendwas Ich muss wissen was das ist Oh verdammt Ich hasse mein Leben Ey Ich weiß dass das geht Ich weiß dass ich das schon mal geschafft habe Das kann doch nicht wahr sein Okay es geht nicht Es geht einfach nicht Dann hauen wir jetzt einfach ab Ist mir denn auch wille Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen fies Ist dass sie sich gegenseitig damagen Weil der Typ hatte gerade richtig schön mit dem Laser Spawnt hier scheinbar immer wieder was Ähm Er hat die ganze Zeit mit dem Laser in den Typen reingeschossen Aber das juckt die einfach nicht Oh nice Wir sind auf jeden Fall richtig Oh Gott Das krieg ich denn diese Sprünge hier nicht hin Ich hole gleich Leute Das gibt's doch nicht Ich spreche doch schon im letzten Moment Was soll ich denn tun Jawohl Die Taschenlampe leuchtet glaube ich Immer nur in einer bestimmten Zeit Okay jetzt sind sie Ähm Was geht's hier Das Stück halten die gar nichts aus Ey Ey Und zwar coole Danceboost drauf Aber Der hat mit sich Geh aus Au Ne Nicht getroffen Ich habe eine Taschenlampe Fürchte dich Fürchte dich So Wieder ein Kindchen Das ist glaube ich sogar schon das letzte Ne Eins haben wir noch Und Einen Leuchtturm Müssen wir noch aktivieren Ah Das heißt wir sind schon fast durch Ey Wir sind ja richtig jetzt Gut durchgekommen Durch die erste Welt Ich wusste gar nicht mehr Dass es so einfach ist So Jetzt müssen wir wieder gucken Äh ja Genau Wo ist es mal hin Ich muss mal hin Ähm Oh nice Wie sich das hier jetzt mal anhört wenn er aufatmet Hier sind zwei Nichts, ich guck erstmal noch kurz hier, ob was rumliegt. Wer schreitet da? Also ich seh kein Schwein, aber hier schreit halt irgendwelche Leute. Oh, hier sind Pfeile. Die ich nicht aufnehmen kann. Jetzt ist meine Taschenlampe noch an, ja, ich hab's schon. Ne, ist auch nichts. Da müssen wir hier weiter. Oh, wir haben gleich wieder ein Leben voll. Hi. Oh, nice. Gewehrpatronen. Ey. Ähm, was ist das für ein Geräusch? Oh, das kriegst du ja nicht hin. Wieso krieg ich dieses Sprünge nicht hin? Das nervt mich total. So. Genau. Ich hab einfach genug Muni. Oh Gott, leck mich doch alle am Arsch. Ähm. Ähm. Ich bin Turok. Nice. Ich sag's Leben schon. Das ist ja gar nicht so schlimm, dass ich da am Anfang so blöd gestorben bin. Uh, Leben, Leben, Leben. Wie lange halten diese Taschenlampe denn noch? Jetzt ist die Brücke da und das Tor aufgegangen. Boah. Ihm, ähm Stück. Wunderschönen grünen Sternenregen begleitet, wenn er die Tür aufmacht. Oh Gott, was sieht das so bezauert aus. Ich muss kurz ein Stück trinken. Er hat sie einfach selbst hingerichtet, der Arme. So. Was bedeutet denn dieses Kreuz? Ich glaube, das ist einfach nur volle Gesundheit, aber auch nur das 100. Okay, den Sprung hätte ich eh nicht schaffen können. Das war jetzt nicht ganz so peinlich zum Glück dann. Äh... Oh, nice. Kaputtschießen. Ist ja ins Tor aufgegangen. Aber ist das einfach ein riesengroßes Buch, oder was das sein soll? Heilige Scheiße, das Buch ist so groß wie das ganze Kissen. Weil das Bett... Meine Hand ist was größer als das Bett, habe ich das Gefühl. Oh Mann. Ich liebe diese alten Spiele, wie gesagt. Kam hierher. Äh, ja, natürlich kam hierher. Au. War hier nicht noch einer? Ähm. Hä? Ah, hier geht's lang. Ich fall einfach mal 10 Meter runter. Das interessiert mich überhaupt nicht hier. Und damit ist das Ende. Ähm... Sum... 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 Ich glaube, wir echt mal ein bisschen seitlich. Weil das so schnell geht. Ähm... Na, wo bist du? Oh! Ai! Ruhig dich bitte. Ah, ich muss das wieder aufmachen. Stimmt ja, das geht ja nicht automatisch. Das wäre zu einfach. Hallo! So, wir haben alle Kinder. Bitte, bitte. Kein Ding. Das ist mein Job. Kostet 50 Euro. Ähm. Was habe ich jetzt wieder raus? Hm. Stapion. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen noch einen Leuchtturm eröffnen oder beleuchten und dann haben wir es. Jetzt wird die Frau gerustet. Wo geht es denn weiter? Nee. Wo ging das denn jetzt weiter? Da kommen wir wieder zurück? Ich glaube, wir mussten sogar wieder zurück. Ich weiß gar nicht mehr. Ah. Ah. Nein. Bleib stehen und stirb. Da läuft was rum. Also klar. Aber sehr schön kreativ gemacht. Wie lange die so vor sich hin sterben. Da war der Arm weg. Ah. Ähm. Die holen wir uns doch nochmal. Ey. Richtig. Au. Die nerven mich echt. Ich finde die auch mega ätzend, ey. Wie sie ihre lila Laserkugeln schießen. herrje. Herrje. Ähm. Es kommt mir hier so im Kalt vor. Hä? Hä? Was mache ich denn? Total überfordert. Das ist echt noch wahnsinnig, wie viel so hängen geblieben ist. Obwohl das so lange her ist, dass man das gespielt hat. Aber keine Ahnung. Wenn man das halt so oft gespielt hat, dann weißt du einfach, so viel ist noch. Ich guck mal hier. Nee, da guck mal hier. Nee, da guck ich doch erst mal hier. Da werde ich doch schon wieder sehnsüchtig erwartet. Das habe ich genau gehört, Freunde. Ich bin sofort bei euch. Ja, da oben ist ja nicht der Schlüssel. Aber bevor wir das jetzt hier auch noch schnell abkämmen, würde ich sagen, mache ich hier mal ein kurzes, äh... Päuschen? Päuschen? Ich sage immer Päuschen. Eine kurze Pause. Eine neue Folge beginnt in Kürze. Ich weiß nicht, was ich sonst am Ende sage. Soll ich sagen irgendwie immer Päuschen. Ähm. Ja. Und ich hoffe, äh, 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 äh. Ich weiß nicht, ob das so Spaß macht, so zu sehen, weil ich hier so mega durchrushe. Aber mir macht es dann auch noch viel Spaß. Und ja. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.